So, da sind wir wieder bei Destiny. Wir sind in der letzten Folge gerade damit stehen geblieben. Die, also nach der E-Mission haben wir gerade unseren Warp-Antrieb geholt, mit dem wir jetzt auch oft zu den anderen Planeten, die noch nicht freigeschaltet sind, fliegen können. Aber wir gehen erstmal zum Turm, da, weil wir haben ja auch neue Sachen freigeschaltet, wie die Waffe, die wir jetzt schon ausgerüstet haben, das nette Fokusgewehr. Und, ja, gehen wir dann mal in den Turm und schauen uns da mal kurz um, ob wir was Neues haben. Die Parts werden alle so um die 15 bis 20 Minuten gehen. Der zweite ging zwar jetzt ein bisschen länger, lag aber auch an den Sequenzen und so. Aber, egal. Ja. Da fliegen wir mit unserem schönen Raumschiff. Was auch cooler, also 10.000 Mal besser aussieht, als in der Beta. In der Beta hatte das nämlich noch nicht so viele schöne Farben. Also, jetzt ist es ja orange, blau, silber, grau, alles drum und dran. Und da in der Beta war es irgendwie nur so orange, grau, ohne die anderen Farben. So. Äh, nee, ich wollte... Ah, genau, zu dem. Genau, da müssen wir jetzt hin. Da können wir nämlich jetzt hier ran. Können jetzt hier... ...spielen. Und haben jetzt da unsere Wassung bekommen für... Ah, hier gibt's Ruf, okay. Also, jetzt kann ich nämlich hier rein. Und kann jetzt diesen Handschuh aus... Oh. Level 4. Okay, wir sind Level 3. Okay, warten wir noch das Level ab. Und gehen wir mal kurz gucken, ob der vielleicht neue Waffe hat. Scharfschützengewehr hat... ...Hurfländer, Spurfländer. Das ist halt 8 hier. Ah, Vergleich. Okay. Hm, okay. Ich kann nur gar nicht kommen, wenn du willst. Mann. Nehmen wir diese unhöfene Geude. So, okay, wir... Okay. So, äh, gehen wir mal wieder zum Orbit. Und wählen uns jetzt die nächste Mission im Alt-Russland aus. Hoffen wir doch mal, dass die... ...ganz nett wird. Und wir Level 4 werden. Erde. Äh, Level 3... ...Level 4. Level 3 Story. Jo. Dann... ...Auswählen. Level 3 nochmal. Starten. Dann starten wir doch jetzt mal. Und wir fliegen... ...wann los? Ah, jetzt, okay. Fliegen wir los. Berichten zufolge haben die Gefallenen im Kosmodrom die alte Himmelswacht besetzt. Vielleicht ist einer ihrer Anführer da, oder etwas Wertvolles. Der Sprecher bittet die Hüter, sich das anzusehen. Okay. Ich hab's jetzt auch doppelt gehört, also ich hör's ja auch immer doppelt. Dieses... ...einmal ganz leise noch vom Headset und einmal eben laut vom Fernseher. Okay, die Himmelswacht ist gleich hinter dir... Äh, ja, wir haben jetzt hier diese Waffe. Und von Gefallenen umzingelt. Also, ich wäre bereit. Okay. Aktuelle Aufgabe, da... ...Tring, da und dahin. Was ist das? Okay. Dann gucken wir doch mal. Sind hier vielleicht ein paar Gegner wieder? Das war ja jetzt immer ein beliebtes Gegner. Ah, Treff. Uh! So, der ist weg. Hier war keiner doch da. Okay. Gut. Wo ist mit dem Hinterhandel? Und dann gehen wir los. Ja. Leider, leider ist es so. X? Hä? Achso, ich kann ja auch wiederbeleben. Da, auf dem Berg. Das Gebäude mit dem Radar. Das ist die Himmelswacht. Nicht mit dem Team. Ich geh mal lieber... Nee, Gegner. Die Waffe ist gut. Läuft. Schöne Waffe. Gefällt mir. Äh... Jo. Schauen wir uns mal um. Viertens sind zwei. Neu, warum sind die so schnell? Ja, was ist das? Ah, genau. Tri-Metal. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Okay Okay, ich hab ne Fußstiefel bekommen 12,15, nehmen wir die gleich Okay, die haben jetzt Nur oben ein bisschen was verändert Oder nicht Ja doch, die sind ein bisschen Dunkler unten Egal, äh 4 Gut, haben wir auch die coolen blauen Handschuhe Die Schroffene Werd ich wahrscheinlich nie wieder brauchen Deswegen verleg ich die mal Hier Eine alte Waffe Hm Okay Irgendjemand jede Waffe so ein Zoom Das gefällt mir nicht Also da gefällt mir schon Äh, der Zoom Von der Waffe hier 10 mal besser Achso Stimmt ja Es stand ja da die Steine halt Jetzt sieht man hier auch mal Das Display ist Also das Glas ist schon Richtig schmort Hä? Okay Die Waffe ist zwar nett Aber ich Brauch sie nicht Da gefällt mir die besser Kann ich jetzt mal endlich Ah, schade Ja, ihr seht ja hier unten links Da Und da Flörterhof steht Herbberufen nicht möglich Eigentlich Ja, werdet Werden wir spät schon sehen Ach ja, ich kann jetzt gleiten Ach, läuft Das ist ja wie schon jetpackt Bam Bam Wo ist das andere Ding Na Weg ist er Okay Hier ist nichts Okay Wir sind drin Das war eine alte Anlage Der Himmelswacht Die mit den Mondkolonien Verbunden war Ach nee Sackgasse Die Gefallenen haben das Tor verriegelt Aber ich krieg es auf Hier soll wohl wirklich niemand rein kommen Oder raus Okay Okay Lol Sieht cool aus Da hab ich nur noch nicht regt Die werde ich mich dann mal ansehen Viel Bewegung voraus Ich hab da ein ganz mieses Gefühl Ich hab da Gummel Danke Mein Gott Dass diese Hier ist deine Hexe. Wenn du irgendwas in der Luft schweben siehst, musst du es abschießen. Die Hexe ist hier. Okay. Oh mein Gott. Oh, cool. Oh mein Gott. Drück, drück, drück. Schade. 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 Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh ne Waffe. Und ne Helm. Ich bin kein Freund von Schrofflinden. Also. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin schon zweimal gestorben. Ich bin schon zweimal gestorben. Schade, ich bin schon zweimal gestorben. Okay. Die Hexa ist hier. Die Hexa ist hier. Ich bin zu Becker in. Die Hexa ist hier. Die Hexa ist hier. Oh, der Mann ist hier. Das ist ein Wettbewerb. Dass ich hier. die eigene kanade hat mich eingebaut kesselt ja aber klar oh mein gott das kann sich noch ein bisschen hinziehen ich glaube die folge wird ein bisschen länger so diesmal gleichgekehrt da 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 so hier hier ich will nicht ich will nicht hier mein gott das war ja richtig schlecht oh mein gott er wird 20 Milliarden Gegner sich drauf rennen die Hex ist hier Das ist wirklich richtig. Ich bin wirklich richtig gegründet. Baaam. Oh mein Gott. Komm. Yes. Baaam. Oh mein Gott. Ähm Äh Handschuhe Nachladen Wegrennen wegrennen Cube Bum 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 rotis Wegrennen wegnen Weg fashion Das� um Hevesisters 2018 son Geweh�� Das zuckt mein Auge gerade. Scheiße. Das ist nicht gut, aber ich werde extra. Die Kanaden sind noch nicht voll. Okay, weg. Oh, da ist hier noch einer. Ey, stirb. Stirb, stirb, stirb. Die Scha war seit Jahrhunderten nicht mehr auf der Erde. Oh, mein Gott. Ich dachte, wir hätten die Scha da unter Kontrolle. Die Dunkelheit könnte viel näher sein als wir denken. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Haben wir es noch geschafft. Liegt, was er, liegt, was er, liegt, was passiert? Nein, Scheiße. Schade. Schade. Egal. Hey, was ist das? Hä, okay. Wollen wir mal gucken. Äh, auf jeden Fall Handschuhe. Da. Da. Die 17er. Und der ist sogar blau. Fast. Hä, was war'n das? Hä? Hä? Oder. Inventar. Was ist das? Äther Saat. Okay. Was war'n jetzt? Hä? Hä? Ne, das hab' ich noch nicht. Keine schweren Läufe gefunden gefunden. Okay. Ja, fast. Hier, äh. Hier, was ist das? Und zwar. Missionsprämie. Ach so. So. Okay, gut. Missionsprämie. So. Wo kommen wir jetzt hin? Wieder in den Orbit? Ich hoffe mal, dass wir wieder in den Orbit kommen. Ja. Genau. So, würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Ja. Diesmal haben wir ein bisschen mehr verkackt als beim letzten Mal. Dann wieder einen Endgegner besiegt. Eine Hexe diesmal. Und, ja. Wenn euch das gefällt, dass ich, äh, so spiele, ich kann natürlich auch, hoffe ich mal jetzt, irgendwann mal, äh, ja genau, Mond. Ne. Ne, ne. Hier drüben, dieses hier, was ihr da so kaum erkennen könnt. Das ist, äh, die, wie hieß das? Kampf... Ne, Schwert, noch was. Schwertbasiszone, keine Ahnung. Ne, Schwertbasiszone. Auch von Bungie passt. Äh, ja. Auf jeden Fall ist da die... Und ne, Multiplayer, noch was. Eben. Ist da. Und das ist eben so. Ist eben da. Und dann muss ich Level 6 sein für... Sonst kann ich das nicht machen. Genau. Aber, würde ich sagen... Oh, wär's das dann? Und wir sehen uns beim nächsten Mal...